Und so, willkommen zurück zur weiteren Folge von Let's Show NES Nintendo Switch Online Service, heute mit 1 Kleinbar erschienen 1985, bezwinge türkische Gipfel, springe über tiefe Eisigerabgründe und mit Siege im Schnee beheimatete Wildtiere, diesen NES Klassiker kannst du entweder allein oder mit einem Freund spielen, genau, Spielanzahl steht auch oben, nochmal zwei Stück, Auf dem Weg zum Gipfel musst du deinen Hammer benutzen, um Eisblöcke zu zertrümmern und Tiere abzuwerden, schaffe es durch die 8 Level und gelange so zum Bonus Level, wo du so viel Gemüse wie möglich sammeln musst, bevor du auf einem freundlichen Kondor verschwindest, im 2 Spielmodus könnt ihr zusammenarbeiten, um zum Gipfel zu gelangen oder gegeneinander antreten und sehen, wer ein wahrer Gipfelstürmer ist, schön, wir starten da mal direkt rein. Einmal mit 1 Player Game, natürlich, wir sind hier allein unterwegs. Bonus Stage, ok. Time, ja. Einmal ganz oben, das ist ja gar nicht so schwierig. Ah, lauf! Nein! Er sagt, es ist gar nicht so schwierig, aber stirb direkt. Geh weg, geh weg! Juhu! Okay, schneller hoch, komm. Wir sind gleich oben. Bonus Stage, yay. Nein, wir wollen das hier noch einsam, alles. Was war das denn, Alter? Wir können aber hier wieder zurück machen. Natürlich läuft auch die Zeit da oben, links zu sehen. Komm, schnell da oben. Hm. Nein, 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 nicht unter. Oh, ist ja blöd. Gut, dass man hier wieder zurücksprungen kann, Alter. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Warum fällt er da runter, ernsthaft? Ich bin echt zu blöd zum Springen, glaube ich. Hä, warum geht das da nicht hoch? Steuern ist nämlich auch ein bisschen komisch, gerade. Kein Bonus, ja, okay, wir machen einfach mal weiter. Gegnerbesieg, drei Stück, ja. 3.900 Punkte insgesamt. Tchuuu. Das war sehr dumm. Muss man aber mal sagen, ne. Weg. Ah, Eishapfen kommen ja auch noch runter. Nein, nicht da runter, dein Ernst? Oh, Mann. Boah, das war knapp, Alter. Vielleicht auch hier kommt. Nein. Oh, Mann. Wenn wir alles kaputt machen, kommen wir gar nicht mehr nach oben. Oder? Ich weiß es gar nicht. Ausprobieren will ich das nicht. Nein, fall doch nicht runter, du Kottel. Oh, Mann. Game over, Alter. War erst Mountain 2, Leute. Habt ihr damals als Greenlight Brothers gespielt? Und wie fandet ihr das? Aber wir können uns sogar Mountain aussuchen. Das ist interessant. Dann können wir direkt bei 2 weitermachen. Ich muss schon laufen und dann kann man erst im Laufen springen und lenken. Weil wenn er springt und dann lenken will, geht es nicht richtig. Warum fällst du jetzt runter? Dein Ernst? Nein! Oh, das war dumm. Der macht aber wieder neue Wege. Oder wie? Egal, wir waren da jetzt hoch, ey. Weg, weg, weg! Musik ist ja der Beste, ey. An dem Spiel. So, Bonus. Nein, nicht runterfallen, außer blöd. Nein, wieso fällt er da runter jedes Mal? Mein fucking Ernst? Er springt da so ganz komisch, ne? Kann doch gar nicht da hochkommen. Ich kann da so viel weg tun. JAHU! Geht das denn überhaupt hoch? Kommt noch gar nicht hoch. Das war doch voll dumm, irgendwie, ey. Meistens Spiele regen dann einen richtig auf, irgendwie. Weg. Voll schwer schon, ja. Hopp, hopp. Sagt Hopp. Das war der letzte Leben, ne? Okay, machen wir noch ein Stück zurück. Ach, das ist so ein Fließbandtier. Ah, okay. Auch gut zu wissen. Hier rutschen wir natürlich auch in den Eis, ne? Hoch. Ah, Mann. Weg. Okay, jetzt kommt hier das Bonus. Ach komm, wir müssen uns einmal das Bonus schaffen. Ja, komm. Wieder hoch, bescheiß Ding. Warum kommt er da nicht hoch? Wieso spielt er da so kurz? Warum? Aha, und jetzt? Hä? Mann, wir haben hier keinen Sinn gerade, oder haben wir ihn nicht alle furchtbar eingesammelt? Deswegen, oh, den konnte ich auch gar nicht besiegen. Ich weiß jetzt leider nicht, was ich da machen muss. Wenn einer von euch jetzt weiß, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn man vom Stehenbleiben aus nur etwas springt, bin ich da gar nicht so weit. Guck mal, jetzt komm ich gar nicht da hoch, ey. Nein, nicht da drauf, oh Mann, dann ernst. Aber gleich noch ein Leben. Nein, nicht da auf den drauf, Alter. Und zwar, jetzt müssen wir da irgendwie hochkommen. Das war knapp. Juhu. Okay, jetzt können wir da hoch. Nein, Mann, komm da hoch. Das will ich noch schaffen. Ja, komm. Nein, nicht direkt auf den drauf, ey. Ach Mann, ey. Das waren Spiele damals. Feuhrung war nicht so besonders gut. Man ging einfach viel zu schnell dem Ober. Wir können ja noch einmal aussuchen. Wie weit geht das eigentlich? Oh, 32 Berge. Okay, wir testen mal direkt hier 32, Alter. Ich glaube nicht, dass wir diesen Schatten haben. Aber ein Versuch ist es ja mit... Ja, genau das ist es. Wieso springt er da an? Das bewegt mich auch noch. Das bewegt mich auch noch. Sag das doch. Das geht gar nicht jetzt hier klar, Alter. Wow. Richtiges Climing brauchen wir hier. Nein. Okay, ich komme da leider nicht hoch. Das ist schon krass, auf jeden Fall. Ja, komm. Nein. Nein, nicht da reinlaufen. Nein. Wenn man hier nicht springen kann, kann man hier auch eben nicht. Nein. Was war das denn hier für ein Fake? Geh weg. Ich möchte da gerne hoch. Okay. Wow. Boah, das ist auf jeden Fall krass schwer, dieses Level. So schwer werden kann, hätte ich niemals gedacht. Ich hatte ja schon Schwierigkeiten beim dritten Werk. Aber das ist ja nochmal eine Hausnummer. Die Zahl geht einfach runter. Na ja, ist eher ein Fehler. Ein Kontrollstrick, glaube ich. Spin etwas. Na ja, das soll es dann aber auch für heute erstmal gewesen sein. Das war Ice Kleinbär. Könnt ihr gerne zu ein oder zu zweit spielen. Beim... Ah, falsch gemacht. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Tocker. Yay. Da freue ich mich auch auf jeden Fall schon drauf. Dann sage ich nochmal, danke für Zuschauen. Ich bin mal Basti, bleibt fit im Schild und ciao.